Musik 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 So Wind ist es geworden Musik Hier noch ein paar Eindrücke auf der Kellsteinstraße Musik 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 Jetzt Musik Das war's für heute. Cool, hier hat man so eine Art Brücke oder so gemacht, so eine Art Bogenbrücke. Cool, hier hat man so eine Art Brücke. Unter der Kehlsteinstraße. Hier hat man so eine Art Brücke. Interessantes Bauwerk. Hier hat man so eine Art Brücke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier werden sogar die Säulensteher rekonstruiert Hier ist sogar noch ein Rohr Hier findet man sogar noch Rest der Installation Ah, die Säulen sind neu planiert Das ist natürlich voll super Gratulation an denen, der das gemacht hat hier Damit es auch lange erhalten bleibt Das ist immer noch schade, dass sowas zerstört werden muss Entweder mit Absicht oder Ja, ja Ja, 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 ja... Vielen Dank.